Es wird keiner aufgehoben. Sagst du das bitte nochmal? Der Cap muss immer oben sitzen. Du musst ein bisschen mehr abfahren, weil wenn sich jetzt wieder ein bisschen dreht, der kommt jetzt von da an, das wird alles gefehlt, das weißt du, oder? Zur Wende klar. Wimmer bitte? Ja. Hol dich die Schuhe. Nee. Ja. Ja.